Wir alle wissen, Solana war einer der erfolgreichsten Altcoins bisher in diesem noch ganz, ganz frischen jungen Bullenmarkt. Aber wird das so bleiben und wird das Ecosystem von Solana überdurchschnittlich große Gewinne liefern? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen wollen und ich will sogar noch weitergehen, sogar mal gucken, kann es Solana perspektivisch mit Ethereum aufnehmen? Herzlich willkommen bei Hallo Krypto, heute zum Thema Alt versus Neu oder wird Solana das neue Ethereum? Das ist eine Frage, die ist ein bisschen philosophisch, aber auch ein bisschen praktisch zu sehen, weil natürlich hat Ethereum einen riesen Vorsprung, aber so ein bisschen symbolisiert hier über diese Grafiken mit den Autos. Die eine Technologie ist wirklich alt und selbst Vitalik Butterin, der Gründer sozusagen, der Chef von Ethereum, ist ja immer gut dabei, sein eigenes Projekt auch zu kritisieren und kritisch zu hinterfragen. Und dann hast du Solana auf der anderen Seite, dass jetzt seit zumindest die Ausfälle der Blockchain, die es am Anfang immer wieder gab, aufgehört haben, extrem spannendes, bietet nämlich eine super User Experience, eine hohe Geschwindigkeit, niedrige Fees und was viel wichtiger vielleicht noch ist am Ende für die Investoren, dass es eben auch ganz große Popularität hat unter Institutionellen. Das werde ich euch alles zeigen. Wir wollen also gucken, was sind die Fakten, die für ein besonders starkes Solana sprechen und vielleicht auch sogar ein Vergleich mal anstellen, was auch Preise angeht. Wohin kann das ganze Solana führen? Und dann gucken wir auch ins Ecosystem, was ich ebenfalls sehr, sehr spannend finde, denn im Ecosystem verbergen sich eine ganze Reihe Perlen bei Solana und da wollen wir mal exemplarisch ein paar angucken. Also, auf geht's und wir wisst wie immer keine Finanzberatung. Hier seht ihr die Marktdominanz von Solana, das heißt, wie viel Prozent vom Gesamtkryptomarkt Solana gerade repräsentiert und da ist hier auf Twitter ein entsprechender interessanter Post gewesen, der zeigt mit diesem Chart, dass Solana bei knapp 1,7 Prozent ist. Es war in der Spitze früher mal hier bei 2, aufgrund von 9 Prozent, also ungefähr die Hälfte der Wegstrecke vom letzten Bullenmarkt hat der Coin jetzt schon wieder eingeholt. Zum Vergleich, Ethereum ist immer noch bei 16 Prozent Marktdominanz ohne die Layer 2, sondern nur Ethereum selber. Das ist also schon eine ganze Wegstrecke, die hier zu gehen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich sicherlich ganz spannend, wenn man sieht, dass Marktdominanz von Solana hochgeht und dementsprechend sich der Coin nach oben arbeitet. Marktdominanz ist nicht alles, es geht ja auch um TVL, also wie viel Geld, wie viel Value ist lockt auf der Chain, da werden wir auch gleich nochmal drauf gucken. Die Frage ist aber, kann Solana perspektivisch Ethereum sogar ablösen oder einholen? Das ist ja das, womit die ganzen alternativen Layer 1 angetreten sind und es gibt einige Stimmen, die sagen, ja, es gibt eine Chance, hier diese sagt 25 Prozent für dieses Flipping, um Ethereum ein- und dann überzuholen. Ich weiß es nicht, ich persönlich bin da skeptischer, ich würde die Chancen als geringe einschätzen, das heißt aber nicht, dass Solana schlechtes Play ist. Solana wird sich mit Sicherheit weiter gut entwickeln, darauf deutet alles hin. Und auch das reflektiert sich in den Prognosen, die jetzt auch von teilweise Experten und Institutionellen kommen, da sind wilde Sachen dabei, wie diese 1000-Dollar-Prognose, die jetzt kürzlich über die Ticker kam. Auch hier würde ich sagen, echt sportlich weiß ich nicht, ob man das für diesen Cycle erwarten kann. Auf der anderen Seite, wer es weiß, wie sich Ethereum mal entwickelt hat, im ersten Cycle 2017, 2018 hat Ethereum, glaube ich, 21.000 Prozent gemacht, dann im nächsten Cycle 2020, 2021 nochmal knapp 4.000, 5.000 Prozent. Also Moves sind schon möglich, die echt verrückt sind, deshalb sind wir ja auch in Krypto, aber wir wollen mal Ethereum ein bisschen konservativer und trotzdem sehr, sehr freundlich hinterfragen und einschätzen, wo die Reise hingehen könnte. Guck mal her, das ist das aktuelle Market Cap von Ethereum im Vergleich zu Solana, ja, zum Zeitpunkt, wo ich das aufnahme, in Euro 24 Millionen versus 250 Millionen. Wenn das Market Cap von Ethereum gematcht würde, also das aktuelle Market Cap, ja, wir müssen ja sehen, im Bull-Markt steigt Ethereum auch, das lassen wir jetzt mal weg, deshalb steht hier auch Ease Now, also der aktuelle Market Cap. Wenn das eingeholt würde von Solana, würde das bedeuten ein 10x, ziemlich klares 10x und wir kämen auf diesen schönen Betrag hier mit 588 Euro. Wenn wir jetzt ein kleines Gedankenspiel machen, nämlich was würde das Investment-mäßig bedeuten, denn würden aus 1.000 Dollar, die jetzt investiert werden zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, kostet Solana gerade 58 Euro und 1 Cent, dann würden aus 1.000 Euro hier mit diesem knappen Verdreifacher eben hier diese 3878 Euro. Das wäre natürlich schon ziemlich schön, wenn wir also das alte All-Time-High einholen hier bei 225 Euro. Wenn wir aber auf das gesetzte Ziel laufen und Ethereum einholen, dann hätten wir 588 Euro zu erwarten und dann würden eben aus 1.000 Euro hier logischerweise beim 10x etwa 10.000 Euro ein paar zerquetschte. Das wäre natürlich ausgesprochen freundlich und wäre für alle, die in Solana investiert sind, auch eine coole Sache. Ich glaube ganz ehrlich, vielleicht sollte mir die Erwartungen ein Tick tiefer hängen, aber die Wegstrecke, die Solana aktuell geht, ist eine sehr gute und das ist vor allen Dingen auch nachzuweisen, wenn wir solche Zahlen sehen, nämlich wie die Investments sind in Solana und zwar von institutioneller Seite. Warum gibt es diese positiven Prognosen? Weil da Geld reinfließt. Und ihr seht hier, das ist diese Zahl year to date 135 Millionen reingeflossen in Solana, während sogar Ethereum leichte Outflows hat und verglichen mit anderen Coins wie XRP oder Cardano, die halt viel, viel geringere Zuflüsse bekommen haben von institutioneller Seite, sieht man, dass die institutionellen Solana sehr mögen und dementsprechend, dass die Basis sein kann dafür, dass wir solche großen Moves sehen. Das ist das eine. Das andere ist eben aber die Nutzung der Chain und das ist das, was ja Ethereum damals so hat groß werden lassen. Im DeFi Summer 2020 erinnern sich manche vielleicht noch, da floss plötzlich Geld rein, da gab es Smart Contracts, da konnte DeFi überhaupt anfangen und das hat natürlich zu einem massiven Pump geführt. Werden wir das gleiche bei Solana sehen können? Wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja schon DeFi. Der erste hat immer einen Startvorteil, aber es gibt natürlich die Chance, dass DeFi auf Solana einfach smoother, einfach besser ist als auf Ethereum. Und sollte Ethereum auch mit seinen ganzen Layern zwei, was eine Komplexität reinbringt, einen großen Aussetzer haben, ist nicht auszuschließen, dass ganz viel Geld abfließt. Auf der anderen Seite hat Solana in der Vergangenheit auch Aussetzer gehabt, jetzt eine ganze Weile schon nicht mehr. Es wird also stabil bleiben müssen, um da auch das Vertrauen weiter zu behalten. Wir gucken mal auf die Total Value Log, das hier ist von DeFi Lama und da seht ihr Solana auf Platz 6 a la Chain. Was interessant ist, ist vor allen Dingen aber das Wachstum. Das heißt in den letzten 30 Tagen, also einem Monat, hier fast 50% an Value reingeflossen und das ist natürlich ein gutes Zeichen, weil die absolute Zahl ist gar nicht so viel wert. Sonst könnten wir auch bei Tron gucken, das seht ihr hier oben, ja, da wächst aber nichts mehr, obwohl der Markt massiv wächst. Das ist eine Chain, die bleibt auf ihrem Level, auch weil da viele Stablecoins drauflaufen, aber da wird nicht mehr so ein großes Wachstum kommen. Und Wachstum ist oft wichtiger und spannender als das, was an realer Menge da ist, also an absoluter Zahl, sondern das Wachstum ist ja das, was dann auch die Fantasie treibt und wir wissen, im Investment ist viel von Fantasie auch abhängig. Das heißt, man kauft sozusagen die Zukunft ein. Eine Möglichkeit, wie ihr die Zukunft auf Solana einkaufen könnt, wenn ihr wollt, Achtung, keine Finanzberatung, ganz wichtig hier an der Stelle, ja, das nochmal zu sagen, das ist ins Ecosystem zu gehen und sich dort zu positionieren. Weil, wenn wir wissen, auf Ethereum haben Borrowing, Lending, DeFi-Protokolle oder auch Meme-Coins natürlich gute Zeiten gehabt und wenn das sich gleiche wiederholt auf Solana, dann hat man da natürlich auch entsprechend große Chancen. Deshalb wollen wir jetzt mal gucken in ausgewählte Projekte, die auf Solana laufen und hier nochmal ganz, ganz wichtig, wirklich keine Finanzberatung, springt nicht rein in solche Coins, ich stelle die exemplarisch vor, es gibt noch viel, viel mehr, wir gucken uns ein paar Dinge an, aber das heißt nicht, dass es eine Kaufempfehlung ist oder auch eine Verkaufempfehlung. Also nur wirklich ein Bild und persönliche Meinung und wir gucken mal rein und warum ich die ausgewählt habe, sage ich euch jeweils an der entsprechenden Stelle. Here we go. Das hier ist jetzt Soland, ein Solana-Projekt, ein auf Solana laufendes Projekt aus dem wichtigen Bereich Borrowing und Lending und warum habe ich das mit reingenommen? Zum einen, es hat eine ganz interessante Market Cap, das werden wir uns gleich ansehen, ich zeige euch gleich da ein paar Eckdaten und auch mal kurz den Chart, aber ich habe es auch deshalb genommen, weil Borrowing und Lending eben so ein ganz wichtiger, essentieller Bereich ist, der für DeFi auf einer Chain ganz bedeutend ist. Wir erinnern uns vielleicht noch, wer lange noch dabei ist in Krypto, weiß das noch, als dieser berühmte DeFi-Summer anfing, eins der ersten Projekte, was begeistert hat, war Aave. Das gibt es heute natürlich noch, ein großes Borrowing und Lending-Protokoll, das größte, glaube ich, überhaupt auf ganz vielen Chains aktiv, aber eben das ist nicht auf Solana. Und insofern Solana, das Ecosystem braucht es und Soland ist einer der Borrowing und Lending-Märkte, der sich anschickt, das Thema abzudecken. Gibt es auch schon seit dem letzten Cycle, also das ist ein Token, der jetzt nicht ganz neu ist, aber er hat ein ganz interessantes Setup. Ihr könnt mal hier sehen, die Market Kapitalisierung aktuell, zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, mit 45.600.000. Also das ist ein Bereich, das ist nicht winzig, aber das ist auch etwas, wo noch genug Wachstumspotenzial ist, weil die meisten Coins, die Kryptobereich 10x oder mehr machen, die haben so diesen Bereich, wo sie dann echt wahrgenommen werden. Natürlich gibt es auch die Aufsteiger, die von einer Million auf eine Milliarde gehen, ja, aber wie wahrscheinlich ist, dass du den erwischst? Nicht so groß, ja, weil viele ganz kleine Projekte, so mit drei, zehn Millionen Market Cap und sowas, die sind wie, ja, Ping-Pong-Bälle, die können manipuliert werden von Wahlen, da muss nur einer mal richtig viele Coins oder Tokens dumpen und dann schmeißt er dich aus der Kurve. Deshalb sind solche bisschen größeren Projekte von einer Market Cap her interessant, der ist aber lange noch nicht so groß, als dass er nicht noch locker wachsen kann, weil wenn der sich verzehnfacht, wäre er immer noch nicht wirklich in den Top Plätzen der Market Cap und das heißt, da ist wirklich Luft nach oben. Gleichzeitig hat das Ding auch eine echte Anwendung, eine wichtige Anwendung und daher ist es spannend. Wie gesagt, exemplarisch, jetzt mal Blick auf den Chart, da ist Soland in den letzten 30 Tagen gestiegen und zwar nicht zu schlecht von 50 Cent ausgehend jetzt auf 1,25 Euro, ja, das heißt, da haben wir einen schönen Satz nach oben gesehen. Aber ihr seht auch hier, das kann man hier andeutsigweise sehen, das korrigiert gerade so ein bisschen runter, man spricht ja auch oft von einer bullischen Flagge und der könnte noch ein bisschen weiterlaufen. Hier ist aber so ein Punkt, an dem er jetzt hier schon mal ausgetoppt ist, wahrscheinlich, dass er den nächsten Schritt macht von hier aus oder relativ möglich, dass er das tut. Das nächste Projekt, was ich euch zeigen will, hat eine ganz andere Story, aber die ist auch so irre und so verrückt und deshalb so spannend, dass ich ihn einfach mit reinnehmen muss. Aber Achtung nochmal, der ist sogar noch spekulativer, daher um Gottes Willen nicht einfach blind kaufen, sondern nur mal exemplarisch angucken und gucken, welche Dynamik sich auch entwickeln kann, weil wo es ein solches Projekt gibt, gibt es manchmal noch andere. Here we go. Einige von euch schon mal gehört haben, haben wir jetzt hier nicht mit drin, aber diese Guacamole-Geschichte hier ist ganz spannend, weil du hast einmal so ein Meme-Coin und gleichzeitig haben sie jetzt Funktionalität dran. Und du kannst jetzt Swaps machen, du kannst jetzt Impuls DeFi machen, also im Grunde könnte man sagen, das ist jetzt ein Decentralized Exchange und hat seinen eigenen Token. Ganz interessant, vor allen Dingen, weil der auch noch sehr, sehr klein ist und wenn er diese Verbindung darstellen kann, aus einerseits die Begeisterung, die Memes schaffen und gleichzeitig die Bedeutung, die DeFi hat, mit echter Funktionalität dahinter vielleicht sogar noch, dass du den, wenn du ihn stakst oder einsetzt, vielleicht bessere Konditionen in Pools kriegst bei DeFi-Geschäften. Ich, wie gesagt, habe es nicht im Detail ergründet, aber das ist ein spannendes Setup und Meme-Coins haben ihre Berechtigung in jedem Bullenmarkt. Ich glaube nicht, dass man die auf Dauer halten sollte, aber man kann natürlich damit schöne Gewinne machen. Deshalb spannend, diese Kombo zu sehen und DeFi ist ohnehin wichtig. Hier gucken wir nochmal auf das Setup von Guacamole mit dem entsprechenden Daten, auch die Market Cap jetzt bei 40 Millionen aufgerundet Euro zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist klein. Achtung übrigens, ja, an dem Tag, wo ich das hier mache, ist der wirklich um sage und schreibe 137 Prozent gestiegen, also um Gottes Willen, seid vorsichtig damit, springt da nicht einfach rein. Das kann auch ganz schnell wieder einen fetten Rücksetzer geben. Aber, was gut ist, ist hier, anders als bei vielen anderen, gerade auch Meme-Coins und Coins, wo man sich nicht sicher sein kann, der hat also hier quasi gar keine Verwässerung mehr vor sich. Der hat also alle Token, die es jemals geben wird oder de facto alle Token schon draußen, das ist ein guter Punkt. Und wenn wir über den Chart gucken, letzte 30 Tage, ja, was soll man da sagen, es gab hier diesen Brutalpump, der gerade auch zu sehen war in dieser Zahl, das ist hier hoch und jetzt hält er sich aber hier oben fest. Das heißt nicht, dass er nicht auch wieder runterfallen kann, vielleicht bis auf den Bereich hier, aber wir wissen, klein genug ist der Coin, als dass da noch einiges geht. Deshalb, beachtet auch gerade in solchen wachsenden und sehr attraktiven Ecosystemen solche Plays, die generell gut sind. Memes haben immer ihre Phasen, wenn die kommen, werden entsprechend kleinere, sogar noch größere Moves machen, einfach weil die Market Cap kleiner ist. Bei einem Meme-Coin wie Dodge oder bei Shiba Inu, da hast du solche Moves, die sind gar nicht mehr möglich, weil die Market Cap schon viel zu groß ist. Und jetzt gucken wir doch auf ein Projekt, was ich sehr, sehr spannend finde, weil das ist das Letzte, was ich euch zeigen will. Da gibt es nämlich eine Entsprechung im Ethereum-Space und da wollen wir einfach mal gucken, wie sich das entsprechende Solana-Projekt schlägt und ob das vielleicht eine geile Möglichkeit ist, auch im Solana-Ecosystem investiert zu sein. Nicht erschrecken, diese etwas wilde Optik kommt von einem Projekt, das nennt sich solcasino.io und es ist aus dem Bereich, wie man ihn nennt, Gamble-frei. Das heißt, es ist ein Casino-Token und es gibt ein Online-Casino unter der genannten Adresse. Da kann man sein Geld verzocken, wenn man möchte, aber deshalb sprechen wir nicht drüber, sondern wenn man jetzt in Casino investiert, Kryptomäßig, ist das so, dass du quasi Anteilseigner der Bank wirst. Du kannst also doppelt abkassieren, einmal kann der Token selber steigen und viele dieser Token haben die Eigenschaft, dass sie dir, wenn du sie zurücklegst, wenn du sie stakst oder so, entsprechende Rewards ausschütten, dass du also an dem Gewinn der Casinos beteiligt wirst und du weißt ja, am Ende gewinnt immer das Haus. Deshalb ist es vielleicht gar kein so doofes Investment. Muss man sich mal angucken bei Solcasino, ob das hier auch der Fall ist. In jedem Fall hat dieser Coin etwas, was ganz spannend ist, nämlich er hat noch eine möglicherweise weite Reise vor sich. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild. Hier seht ihr nochmal Solcasino mit den entsprechenden Eckdaten, auch noch sehr klein. Die Marktcap 30 Millionen, voll verwässert, auch noch unter 100 Millionen. Das heißt, wir haben hier entsprechend ein Potenzial nach oben, was ziemlich gut ist. Aber wir haben einen Vergleichswert und das ist das Spannende. Es gibt einen entsprechenden Coin, der auf Ethereum läuft und der sozusagen der führende Coin aus diesem Casino, aus diesem Gamblefy-Ecosystem ist, aus diesem Narrativ und das ist, der kennt ihr vielleicht, Rollbit. Rollbit ist, wenn man das sich anguckt, mehr als zwölfmal so groß wie Solcasino und das ist mit 452 Millionen ganz interessant. Der ist auch hier schon in der Top 100 gewesen, jetzt aktuell 114, das schwankt immer ein bisschen. Aber das ist natürlich eine ganz interessante Option, weil wir wissen, dass Rollbit so der Anführer dieses Narrativs ist und das wird auch nicht weggehen. Darum gibt es Orte wie Las Vegas oder Atlantic City, da wird halt gezockt. Menschen spielen gerne und die ganze Gamble-Industrie in diesem Bereich, diese ganze Casino-Industrie online ist riesig groß. Viele, viele Milliarden. Das heißt, wenn auch da nur ein kleiner Teil in Krypto geht, dann werden diese Projekte massiv kassieren und entweder steigen die Token selber oder ihr werdet halt beteiligt. Rollbit, glaube ich, zum Beispiel schüttet um die 15 Prozent oder 20 Prozent seiner Erträge an die Tokenhalter aus. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht ergründet, wie das bei Solcasino ist. Das müsstet ihr selber mal im eigenen Research machen. Aber die Story ist insgesamt spannend und das Narrativ sollte auch laufen, wenn es auf Ethereum gelaufen ist. Warum sollte es nicht auch auf Solana laufen können? Hier sehen wir nochmal den Chart. Auch Solcasino hat eine gute Reise hingelegt. Auch hier sehen wir ein Setup, was sich an so eine, ja, bullische Flagge erinnert. Hier gerade ein Bereich, wo er möglicherweise zum Halten kommt, um den nächsten Move vorzubereiten. Aber natürlich keine Garantie. Das heißt, wir haben bei Solana eine ganze Reihe interessanter Projekte. Das hier nur exemplarisch. Es gibt noch andere. Es gibt die großen Decentralized Enchanger mit ihren Token wie Orca oder wie Radium. Auch die sind interessant. Guckt euch das einfach mal an. Am besten geht ihr auf DeFi-Lama. Da gibt es über 100 Projekte, die dort schon gelistet sind. Das Ecosystem von Solana sollte doppelt und dreifach profitieren, wenn der Coin profitiert. Und dass der eine gute Reise vor sich hat, ist sehr wahrscheinlich. Deshalb kann man sagen, wir haben wahrscheinlich mit Solana doch gute Tage voraus. Wie gut sie werden, das kann ich euch nicht genau sagen. Da muss man tatsächlich schauen, wie sich der Markt insgesamt entwickelt und ob Solana stabil bleibt, technologisch. Und ob möglicherweise auch Ethereum, wenn es jetzt immer, immer teurer wird, ja, immer weniger benutzbar wird, immer mehr Leute abschränkt. Und auch die Layer 2, die natürlich vorhanden sind, die aber, muss man sagen, immer auch noch eine Komplexität reinbringen. Du musst erst mal irgendwie darüber kommen. Du musst halt Dinge bridgen oder so. Das ist nichts für die Masse. Insofern glaube ich, dass Ethereum, auch wenn es wirklich eine starke Position hat, aber nicht unumstößlich ist und nicht in Stein gemeißelt ist. Und Solana wird aus meiner Sicht einer der wichtigsten Plays sein in diesem neuen Bullenmarkt. Auch andere Layer 1 werden ihre Berechtigung haben und machen gute Moves, siehe Avalanche, siehe Cardano. Aber Solana ist nun mal auch der Liebling der Institutionellen. Und das sollten wir im Hinterkopf behalten. Wenn nämlich das große Geld reinfließt, wird das überdurchschnittlich profitieren. Deshalb glaube ich, ist es spannend, Solana und ausgewählte Ecosystem-Token auf dem Schirm zu haben. Bei den Token achtet da drauf. Gibt es eine Entsprechung, die auf Ethereum schon funktioniert hat, dann sollte sie auch auf Solana funktionieren. Und das wäre halt punktuell ein guter Hinweisgeber, für welche Projekte man sich interessieren kann, wenn ihr das möchtet. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch einen Mehrwert gebracht. Wenn ihr in dem Ecosystem mehr wissen wollt, wie gesagt, geht auf DeFi-Lama. Das ist immer die beste Anlaufstelle. Macht euren eigenen Research. Schreibt uns hier in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Seid ihr investiert in Solana, in Ecosystem-Token aus Solana? Was erwartet ihr? Interessiert mich, interessiert uns hier bei Hallo Krypto immer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da, damit wir uns bald wiedersehen hier, wenn es um neue, heiße und tolle Krypto-Projekte geht. Bis dahin, tradet immer safe und bleibt der Blockchain treu. Bis dahin,無 keep keep ab sa